alles klar modus walker hier haben wir schon auf der karte anzeigen okay auf der karte anzeigen so da kommen wir mal dahin zu teleportieren ok location betreten oder nicht ja Ja, auf Party! Geile Sache, Alter. Hey, yo. Was geht ab? Was geht, Mann? Ich hab was für dich. Yeah, cheers. 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 Oh, willkommen zur Party. Das war 1A. Ja, Bro, du bist ein Killer. Ein wahrer Ehrenwebbel. Du machst die Ventura-Crew echt bekannt, Bro. Hey, ich poste das jetzt. Hashtag Risky Devil. Hashtag Beste Nacht ever. Bis zum nächsten Mal. Aufs nächstes Mal, yeah. Gehen wir kurz rein? Komm schon. So, was machen wir jetzt hier drinnen? Ja, die geht da... Hallo? Das hat doch gar keinen Sinn. Das hat doch gar keinen Sinn. Äh, die gehen da rein. Und ich bin jetzt auf der Straße. Hä? Das ist irgendwie so ein bisschen... Hallo? Man, nicht ganz dicht in der Birne. Na ja, gut. Was haben wir jetzt? Hey, mein Freund, Magnus hier. Lass uns ne Runde drehen. Schnell und sag... Jo, 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 jo Äh. Bitte? Was ist denn da? weil ich gerade alleine fahre, aber ich soll an ihm dranbleiben, ja ja geil, gut, okay. Na ja, da muss ja immer irgendwo noch ein Auto im Weg stehen, na, packen den auf den Gehweg, ne? Ja, sorry, ich wollte da irgendwo mal, komm rum, feines Jochen. 16 von 27, okay. Ja, sieht aber gut aus bis jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, 20, ja sieben noch. Schaff mal, das Ding, das rocken wir. Wir, wir, genau, nicht nur ich, sondern hier da draußen auch. Meine geilen Freunde des YouTube-Sportes. Ich bin froh, dass ich euch habe, weil ein oder andere von euch ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Alleine die Art und Weise, das ist schön, immer Kommentare zu lesen. Ah, es ist immer episch, weil da gibt's Leute, da kann ich mich, kann ich mich drauf verlassen, weil ich, ich, ich freue mich immer von den Leuten was zu lesen. Ist nicht geil. Und, äh, ja, lieber, äh, die Anstalt. Ich grüße dich auch hiermit wieder. Ich hoffe, bis jetzt, was du gesehen hast, gefällt dir. Bin zwar nicht der beste Fahrer. Weiß Gott nicht, aber ich denke mal, dafür reicht's. Was? So, Magnus, wie sieht's aus, Kollege? Kannst das auch so gut wie ich? Oder kannst du's besser? Hey, Kumpel, hier ist Magnus. Ich dachte, du hättest mal Lust auf was anderes, also hab ich mir was ausgedacht. Probier's aus. Mal sehen, was passiert. Bis dann. Äh. Was der sich immer alles ausdenkt. Ein Lauf nach dem anderen. Ja, weiß doch, dass wir ihn schon besiegt haben. Ich weiß nicht, mit dem stimmt irgendwas nicht, ey. Ja. Schwer. Geschäft oder Vergnügen. Mä. Also dann, fangen wir an, okay? Von hier aus zur anderen Seite. Du wirst den Weg schon finden. Ich seh dich dann im Ziel. Keep Gummi. Das ist er tatsächlich. Entforsche. Boah, Alter. Der gibt's ja aber am Matze, Alter. Oh, boah, boah. Alter. Ja, dann, traf ich. Alter. Porsche. RSR. Luftgekühlt. Nimmst du mich mal mit da vorne, Alter. Was hast du in deinem Ding da drin? Kerosin? Komro! Boah. War Scientists. Ich glaub dann, ach, wenn ihr jetzt persönlich mitfährt, dann ist das mal jetzt vielleicht das letzte Rennen jetzt oder so. Alter, Alter. Ja, der Skyline hat leichts her, wenn er in der Drift drin ist. Komm rum! Jetzt will er da nicht, dann will er, kommt er aus dem Drift nicht mehr raus. Ich muss diesen Handbengar noch da kriegen. Komm rum! Mädel! Der driftet da echt nicht schlecht nach vorne. So rum! Was stimmt denn mit dir nicht, ey? Du blöde Kackmutter! So rum! meine fresse geiler, du wirst mich wohl manchmal boah, das war knapp scheiße ich krieg Känse what the fuck scheiße, man ich hab auf die Karte unten links scheiße, gleich das Ziel so, Magnus erfolgreich jawohl, als erster so muss das sein so, und jetzt krieg ich eine Nachricht so hey Mann, langsam kommst du richtig in Fahrt sollen wir noch einen Lauf starten vielleicht mit etwas höherem Einsatz wir sprechen später der gibt auch nicht auf der gibt auch nicht auf der denkt wohl, er ist der übergeilste Kali fährt ein bisschen komisch, okay so, was haben wir denn noch ja, Outlaw Manus, alles klar Kumpel das ist nur eine olle Nachricht von dem da kommt auch nicht mehr bei rum so, was haben wir denn noch überwinde zwei Straßbilden einer Verfolgung entkomme, ach, das kannst du hier sonst wo hinschieben aber wir haben 200.000, Mensch, wir haben gut Geld gemacht jetzt, ey wie, gewinne die Manu auskundschaften trifft events was zum Geier ist denn das so, dann wollen wir mal gucken so, dann wollen wir mal gucken Manus, Auskundenschaft, Dings, Pumpsen, Robbumpen, Dings so, wir wollen mal Brülle hochschieben so Manu, wo hast du denn hier, Mann, event für mich guck mal auf das gelbe Symbol, aber ich finde es nicht Manu hat wohl keine Events, hä, ich weiß, wo wird das dann angezeigt Gefängnisausflug, mach mal, wir müssen ja da auch noch was machen da hatten wir ja, glaube ich, nur von welchen Punkten, ich hab 3 von 10 oder was, sagen wir mal Drift-Contest Bei Need for Speed dreht sich alles nur ums Driften Willkommen zu Love 6 Racer Willkommen zu Love 6 Racer Gibt's doch nicht Ah So, wie der diese verfickte Eifert verpennt Komm rum, ey Oh ja, genau Oh, das war knapp Ja, da war eben mal 2 Punkte mehr weg Ach, kacke, Mann, ich hab dir diese scheiß komisch war miteinander dann, ey Röne Pisse, ey Röne Pisse, ey Also mir fehlen dann immer Du dummer Sau Mir fehlt dann immer eine Kurve Ja, ja, Mario Halt's Maul Halt's Maul Komm rum, was ist denn? Den lenkt der wieder gar nicht, ey 88.000, hallo, geht's noch? Wie erschittert Oh, jetzt hab ich die scheiß Kurve, aber ich krieg mal eins Wie soll ich denn? Komm rum, Mensch, was ist denn mit dir, du Gefängnisausbruch, ey Alter, wie willst du denn die Punkte kriegen, Alter? Das ist doch behindert Weil mir am Anfang immer eine, bang, gegen die Kurve, bang, wieder gegen die Kurve Total verarsch, ey Ne Halt an Gebt nicht auf Fahr nochmal ins Starterfeld und nutzt deine zweite Chance Guts Maul, ey Hör mal auf mit deinem Schluck auf hier, das geht nämlich gerade gar nicht Klar Moment Schluck auf Runterspülen Hör mal auf mit deinem Schluck auf so, T-Shirt muss eh ne Wäsche und so, T-Shirt muss eh ne Wäsche ähm Los geht's, machen wir den ganzen Quatsch nochmal Willkommen zu Love's Sex Racer ... ... Ja, da startet einer in der falschen Richtung. Ja, bist du noch zu retten? Hallo, ist es mal gut, wenn du etwas mit Müll auf der Straße? Ah, komm. Warum? Warum? Warum nicht so, dass er nicht meldet? Alter, was fahren die denn für ein Quatsch zusammen? Ah, komm rum! Ja, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Stopp! Überall diese Cops, Alter! Oh, komm rum! Wow, das war knapp! Oh! Oh! Meine Fresse! Ich kann nicht mehr... Ah! Ja! Ja, vergeicht! Ja, lang! Ja, lang! Oh! Oh! Das war aber knapp! Ich hab das Ding schon... Oh! Oh! Das war knapp! Oh! Das war knapp! Oh! 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 ist möglich aber muss ich halt mal ein bisschen mehr mühe geben aber es ist eigentlich bei jedem so weiter weiter die war fertig hier heiligst lecker auch da sind ich will nicht sagen dass er die zittert aber er hat sich registriert das nächste rennen geht los ja da kommt guck mal äh auf der karte weil die jetzt so sagen ist das nächste was haben wir jetzt hier trifft schwer ja